Ja Freunde, was geht ab? Ich hoffe euch geht's allen gut. Ich habe überhaupt heute trainiert. Wir haben heute ein paar Neuigkeiten für euch. Krasse Sachen sind am Laufen. Ich war lange nicht mehr beim Training, ein bisschen nachgelassen wegen den Feiertagen, aber egal. Wir sind wieder am Start wieder dranbleiben. Wir haben uns mit Zac Plus dafür entschieden, dass wir bei Ninja Warriors mitmachen. Die nächsten Vlogs werden sich also darum drehen. Die nächsten Trainingsvideos werden üben. Wir werden durchdrehen. Und ja man, ich gebe nicht auf, bis wir alles da auseinandernehmen. Du weißt, wenn wir machen, dann richtig. So Freunde, wir fangen an zu trainieren. Ein bisschen lockeres Training heute, um reinzukommen. Ich habe die Gewichtsweste an, trage mich nicht wie viel Kilo. Ich glaube 35. Auf jeden Fall kicken wir ein paar Klimtüge damit. Let's go! Das ist einfach nehmen, mein Mann. Einfach nehmen, mein Mann. Wenn die Leute nur wissen, dass ich nur drei gemacht habe und auf der Camera Store aussieht, dann wäre das zwölfmal. Letztes Mal Training. Ey, um ehrlich zu sein, vor zwei Tagen, ich habe zu Hause auch trainiert. Am Bremerhaven bei der Familie habe ich die Gewichtsweste mitgenommen. Eigentlich sind wir dran, aber du weißt, es gibt Ups und Downs. Dann hat man keinen Bock mehr, der Mann ist raus. Und dann ist es wieder schwer, am nächsten Tag zu trainieren. Ich werde mir höchstwahrscheinlich einen Coach zulegen, was das angeht mit Ninja Warrior und so. Und dann machen wir das Ding schon. Das wird schon. Wenn du richtig trainierst, wenn du dich vorbereitest, dann schaffst du das alles. Freunde, Brownie will auf jeden Fall die ganze Zeit durchziehen, tut es aber nicht. Das heißt, bringt ihn mal ein bisschen dazu, dass er Gas gibt, weil er will das mit dem Fitness halt ähnlich durchziehen. Na ja, wenn du ehrlich willst, würdest du machen, Bruder. Also irgendwas ist da noch das Problem. Das heißt, sorgen wir mal nach mir, dass der mehr als vier bis fünf Sekunden Motivation hat. Ich bin am Start, Mann. Sag das nicht, Bruder. Da sind Leute, die alles, da sind echt Fitness-Junkies, Bruder, die uns, die sich diese Videos reinziehen und denken, ey, was soll das denn jetzt, hä? Ich bin am Start. Ich gebe es auch zu. Meine Frau ist auch im Spiel, aber Motivation ist da. Ich muss noch so ein Mix draus machen. Okay, Motivation ist eine Sache. Disziplin, Freunde. Disziplin oder nicht? Motivation kannst du haben, du brauchst Disziplin. Und ganz kurz, hier ist mein Lieblings-Shirt von Zek. Checkt das auf jeden Fall ab. Ey, ich wollte mit euch auch reden. Macht mal mehr solche Dinger. Mann, als Ernst, das müssen wir machen. Die sind echt krass. Vor allem Ernst, wir müssen den Job auf jeden Fall erweitern. Ich trage die Sachen auch so außerhalb, wie ihr seht. Checkt mal ab, so hier. Aber auf jeden Fall, das trage ich so auch im Alltag. Wisst ihr nicht nur beim Training. Also checkt auf jeden Fall den Job ab und sorgt dafür, dass Zek Plus mehr Klamotten rausbringt. Brrrrro. Bang.